yo leute was geht und herzlich willkommen zu einem video und ja leute im heutigen video möchte euch zeigen wie ihr solo jede minute 5000 rp bekommen könnt das ganze machen wir mit dem pio die pflanzen die roxa heute wieder ins spiel gebracht hat ja ihr müsst euch einmal zu dieser location begeben wo ich mich gerade befinde ihr könnt auch mit anderen pio die pflanzen mal probieren noch ich habe jetzt mit 34 verschiedene probiert und nur bei dieser location hier hat es funktioniert und dann würde ich sagen dann langsam direkt los starten wie gesagt dann begibt euch einfach zur location anschließend gehen wir dann einmal zur pio die pflanze drücken steuerkolls nach rechts um sie einmal zu fressen sobald wir jetzt als tier spawn geben wir einmal auf options auf online auf jobs von roxa erstellt und starten einen job für einen titan ja hier im job menü angekommen können wir den job auch direkt wieder verlassen und ja sobald wir jetzt in der lobby wieder spawnen öffnen wir sind aktionsmühlen dann gehen wir auf stil wechseln einmal das outfit so dass wir die golde ladeschnecke und rechts bekommen bis natürlich vorher noch im interaktionsmenü am besten noch spawn punkt auf letzter ort einstellen anschließend die app einmal schließen und geht hier an neu starten und ja sind wir dann wieder in der lobby angekommen werdet ihr sehen dass die pio die pflanze wieder da ist und ihr sie jetzt wieder erneut fressen könnt und die nächsten 5000 mp dann bekommt und das könnte jetzt die ganze zeit permanent so weitermachen ja beeilt euch nur mit dem glitsch denn dieser funktioniert nur bis nächste woche donnerstag 10 uhr dann startet wieder eine neue event woche und dann sind die pflanzen noch wieder aus dem spiel raus und ja leute das war es auf jeden fall schon mit dem kleinen aber feinen video ich hoffe es hat euch gefallen wenn es denn so sein sollte würde es mich auf jeden fall freuen wenn ihr mir noch ein abo und ein like da lassen würdet und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal tschau tschau tschau